Burnout-Symptome erkennen. Welche Symptome hast du denn, wenn du einen Burnout leidest? Und was ist zu differenzieren zu zum Beispiel einer Depression oder zu einer normalen Erschöpfung? In diesem Video will ich dir zeigen, wie diagnostiziert man denn wirklich ein Burnout-Syndrom? Das ist ja ein Syndromenkomplex. Und was geht damit einher? Und vor allem, was kann man aktiv dagegen tun, dass du aus diesem tiefen Tal wieder herauskommst? Du fühlst dich seit mehreren Wochen oder Monaten einfach sehr niedergeschlagen. Du kommst morgens nicht aus dem Bett, du fragst dich, was denn los ist, du bist zugeschwollen, verquollen, dein Kopf macht dich mit, du hast morgens komische Gedanken, du hast schlecht geschlafen. Und auch wenn du gut geschlafen hast, fühlst du dich morgens wie vom LKW überfahren. Du fragst dich, was zur Hölle ist denn eigentlich mit mir los? Und wo ist denn meine Vitalität hin, meine Lebensfreude, meine Spritzigkeit, meine schönen Gedanken, meine Lust auf das Leben? So, jetzt ist es natürlich ganz oft so, dass wenn du mit diesen Symptomen zum Hausarzt gehst, wird in der Regel ein Blutbild gemacht und dieses Blutbild sieht wie aus? Genau, stinknormal. Du hast ein ganz normales Blutbild in der Regel. Das heißt, selbst wenn du die stärksten Burnout-Symptome hast, hast du ein normales Blutbild. Das heißt, eine medizinische Diagnostik, die im Endeffekt Parameter adressiert, die rein strukturoorientiert sind, wie zum Beispiel Cholestrinwerte, also die Blutfette, die Leberwerte, die Nierenwerte, es wird dich nicht weiterbringen. Und das ist dann auch sehr frustrant, aus meiner Sicht sowohl für den Patient oder der Patientin, als auch für den Mediziner. Was müssen wir für eine Diagnostik machen, um herauszufinden, dreht es sich hierbei überhaupt um ein Burnout-Syndrom oder dreht es sich hierbei vielleicht um eine Depression oder geht es hier vielleicht sogar um einfach eine chronische Erkrankung, die diese Symptome mit sich bringt? Und um das zu differenzieren, ist es zwingend notwendig, eine dementsprechende Diagnostik zu betreiben. Wir hier in Tübingen, im Zentrum für integrative Medizin, machen diese Diagnostik seit nun fast gar 16 Jahren mit sehr vielen tausenden Patienten, die zu uns kommen mit Burnout-Symptomen, mit tiefsten Depressionen, mit Burnout-Symptomen und die sagen, Herr Börner, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, so kann es nicht weitergehen, ich kann zum Beispiel meinen Hobbys nicht mehr nachgehen, meiner Familie nicht mehr das zukommen lassen, was eigentlich nötig wäre und vor allem, ich kann meinen Job so nicht mehr ausführen und ich hätte gern einfach mein altes Leben wieder zurück. Jetzt klar zu differenzieren, muss sein, kategorisch, ist es eine Depression oder ist es ein Burnout? Kann man hier überhaupt den ganz klaren Schnitt ziehen? Aus meiner Sicht und aus unserer Erfahrung nach definitiv nicht. Das heißt, diese Differenzierung macht vorneweg überhaupt gar keinen Sinn, weil depressive Symptome sind definitiv inhärent, also eingebettet in den Burnout. Und das Burnout ist klassifiziert aus verschiedenen Symptomen, die sich zeigen müssen, rein medizinisch, um die Diagnose Burnout-Syndrom zu stellen. Und jetzt kommt es, das ist komplett unwichtig, denn die subjektive Wahrnehmung des Patienten, die trügt ja nicht und die lügt auch nicht. Und da muss man jetzt auf die Suche gehen. In der Regel ist ein Burnout nicht psychischer Genese, das sind vielleicht 5 bis 10 Prozent, sind wirklich psychisch erschöpft. 90 Prozent oder 95 Prozent sind definitiv biochemisch gestört und dysreguliert. Und die Achse, die sehr, sehr wichtig ist für eine Burnout-Symptomatik, ist die sogenannte hypothalamische, hypophysäre Nebennierenachse. Das heißt, das essentielle Hormon, das in den Fokus, in das Blickfeld von Burnout-Symptomen rutscht, ist die Nebennierenrinde. Die Nebennierenrinde im Kontext zur Schilddrüse, im Kontext zu den Sexualhormonen, ist im Endeffekt alles, was man durchgängig und durchschlägig untersuchen muss, um herauszufinden, hat dieser Mensch ein Burnout-Symptom oder nicht. Und das wird nicht damit getan sein, im Blut normale Untersuchungen zu machen, sondern wir müssen Funktionsuntersuchungen im Blut, im Speichel und im Urin machen. Wir müssen einen Neurotransmitter-Status machen, wir müssen einen Hormonstatus machen, und zwar die freien Hormone, die frei verfündlich sind. Und wir müssen verschiedene Tagesprofile machen. Die Kategorisierung eines Burnout-Symptoms oder Syndroms findet in drei Stufen statt. Die erste Stufe ist letztendlich die Nebennierenaktivität noch sehr hoch. Die Menschen fühlen sich überstresst, die können nicht mehr schlafen, die können auch nichts mehr essen, die sind einfach nur noch panisch, ängstlich, die können nichts mehr bewältigen. Die zweite Stufe ist, der Cortisol-Spiegel sinkt langsam, Adrenalin, Noradrenalin ist aber noch erhöht. Das heißt, man fühlt sich maßgeblich erschöpft, aber innerlich sehr, sehr unruhig. Das heißt, die fühlen sich wild but tired. Das heißt, hier ist Gaspedal und Bremse zugleich hoch komplett durchgedrückt. Das ist sehr belastend für diese Patientinnen und für diese Patienten, weil sie denken, das gibt es nicht. Ich bin körperlich komplett erschöpft, mir tut alles weh. Ich kann keinen Sport mehr machen und ich bin aber so unruhig innerlich, dass ich aus dem Fenster springen könnte, wenn ich kann nicht schlafen. Ganz schlimme Phase, behandlungsbedürftig hoch 10. Dritte Phase, das ist dann quasi die letzte Phase im Burnout, da ist dann der Cortisol-Spiegel sehr niedrig und Adrenalin, Noradrenalin als Neurotransmission und auch Dopamin anhängig im monoaminoigen System sehr niedrig. Das heißt, diese Menschen, diese Patientinnen und diese Patienten sind dann sehr erschöpft, grundlegend erschöpft. Das ist auch nicht mehr getan in ein paar Wochen, sondern hier braucht es intensive Therapie anhand einer zielführenden Diagnostik von mindestens drei bis sechs Monaten. Intensiv mit Infusionstherapie, mit Orte-Molekularer-Therapie, mit einer 360-Grad-Betreuung, um diese Patienten wieder rauszubringen aus diesem tiefen Loch. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Differenzierung. Chronisches Burnout oder akutes Burnout zu CFS zum Beispiel. Chronic Fatigue-Syndrom, querstrich myalgische Encephalomyelitis. Das heißt, wir sehen definitiv auch autoimmunitäre Reaktionen, zum Beispiel an Neurotransmitter-Rezeptoren, wo sich an G-Protein gekoppelte Rezeptoren Autoantikörper bilden können. Sehr spezifische Untersuchungen, sehr wirkungsvoll, wenn man herausfindet, dass es bei dieser Person so ist, denn dann kann man ganz zielgerichtet diese Chronic Fatigue-Situation oder diese myalgische Encephalomyelitis definitiv sehr gut beeinflussen über ein therapeutisches Regime, das immer eingebettet ist in ein 360-Grad-Konzept. Und wenn du in dieser Phase deines Lebens an einem Burnout leidest oder du meinst, an einem Burnout zu leiden oder du einfach chronisch erschöpft bist und du noch überhaupt keine richtige Diagnose hast und du möchtest wirklich wissen, was mit dir los ist, dann buch dir einen Termin bei uns, buch dir einen Termin bei mir. Hier auf unserer Homepage, du kannst dich eintragen, du bekommst ein vollkommen kostenfreies Vorabgespräch. Wir machen das sehr transparent, sehr differenziert, weil wir wissen müssen, wo stehst du, was hast du schon alles gemacht, was ist dein Bedarf in deiner Situation und vor allem können wir dir effektiv und nachhaltig weiterhelfen. Wir sind seit 16 Jahren spezialisiert auf genau diese Thematik und wenn du dieses Mal mit dem Profi zusammenarbeiten möchtest, dann buche dir jetzt bei uns einen Termin und wir werden gemeinsam schauen, wie wir dich da wieder rausbekommen. Ansonsten, wenn dich weitere Themen interessieren, zum Beispiel zur Blutanalyse, Stuhldiagnostik, Hormone etc. pp. kannst du hier oben die Themen finden über weitere Videos. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren, verpasse ab jetzt kein Video mehr von uns, vom Zentrum für Integrative Medizin in Tübingen und werde auch du einfach Member und Mitglied und Patient hier bei uns in Tübingen. Es haben schon sehr viele tausende internationale Kunden und Patienten hierher den Weg gefunden, denen wir wieder Gott sei Dank zu neuem Leben, Vitalität und Lebensfreude verhelfen konnten. Ich freue mich auf dich, dein Benjamin Börr.